Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind, ähm, wo sind wir denn stehen geblieben? Ich hatte jetzt mal wieder eine längere Aufnahmepause. Ach ja, wir hatten glaube ich den Puff saniert. War das dieses Haus? Ne, dieses Haus war das. Ja, genau. Genau, die rosa Infiniore. Und wir hatten, das hatten wir letztes Mal auch noch nicht gemacht, wir hatten, äh, festgestellt gehabt, es gibt auf jeden Fall eine Klüfe. Und ich würde vorschlagen, die suchen wir jetzt. Es würde mich nämlich wahnsinnig interessieren, ähm, wie es in dem Bereich weitergeht. Oh mein Gott. Die Geräusche sind übrigens gerade sehr laut auf meinen Kopf hören. Und? Was ist das? Achso, das ist eine Flagge. Okay, alles klar. Ja, okay, ich gebe zu, ist gerade ein bisschen durfte, erkennt man das schlecht. Ich lasse das mal so und dann suchen wir mal weiter. Also, da haben wir es doch schon. Sehr gut. Ja, war jetzt so schwer nicht. Wie nah müssen wir ran? So nah, dass es weh tut? So, aber jetzt, komm. Was ist denn los? Ne, ernsthaft, wie nah müssen wir denn da noch ran? Vielleicht so? Ach komm, jetzt, äh. Was mussten wir denn machen, damit wir, damit wir das lesen können? Vergesse ich da gerade irgendwas? Habe ich da gerade irgendwas nicht mit beachtet? Oder hatten wir das schon? Ne, ne? Hatten wir in der letzten Aufnahme das Rätsel schon? Ich sage mal nein. So, probieren wir es noch mal. Wir gehen jetzt mal von der Seite ran. Na komm. Na komm. Wieso hört der denn da einfach auf? Wieso hört denn der da einfach auf zu laufen? Komm schon. Also, jetzt nicht wahr. Das ist ja jetzt nicht wahr. Das heißt, ich komm da gar nicht rüber, oder was? So. Nochmal. Das ist doch die Glyphe, oder etwa nicht? Ich habe keine Ahnung. Es tut mir echt leid. Offensichtlich haben wir die... Haben wir die schon gemacht? Ich... Ich muss... Ja. Was? Jetzt werden wir schon beobachtet. Okay. Lassen wir das halt. Ich schaue nochmal in die letzte Aufnahme, ob wir die gemacht haben. und lasse mir gegebenenfalls nochmal zeigen, wie man die aktiviert, falls wir es nicht getan haben. Sollten wir es getan haben, dann entschuldige ich mich natürlich für diese extrem unsinnige Wiederholung des Ganzen. Und es hat natürlich dann völlig zu Recht nicht funktioniert. Joa... Ist halt so, ne? Okay. So. Schauen wir mal. Wo machen wir weiter? Wir hatten den Puff saniert gehabt. Und uns ist... Äh... Uns ist im letzten Abschnitt wieder mal aufgefallen, dass wir immer noch nicht die... Ja, wie heißt es? Ähm... Das, was Assassin's Creed Brotherhood eigentlich zu Brotherhood machen sollte, ähm... noch nicht gefunden haben. Also diese Möglichkeit, hier mit Assassinen zu arbeiten. Da lecke ich mir ja nach wie vor noch so ein bisschen die Finger nach. So, ich glaube, ich vermute mal, jetzt haben wir gleich hier wieder so ein verdammtes Sperrgebiet. Ja. Natürlich ist dieser Turm im Sperrgebiet. Ähm... Und wir gucken es uns trotzdem mal an. So, da oben ist der Turm. Und hier ist es auch gerade... Also... Die Wache ist mir tatsächlich jetzt erstmal herz... Herzlich egal. Ich meine, wenn ich sie mitnehmen kann, nehme ich sie mit. Da verstehe ich keinen Spaß. Das mache ich natürlich. Gut. Ah, da drüben. So, ich sehe auch noch keine Wache. Da drüben haben wir einen Bogenschützen. Wo läuft der denn rum? Der ist jetzt praktisch... Uh... Nein, 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 nein. Ich bin gar nicht da. Ich bin... Beeilung! Wir verlieren ihn! So, okay. Ganz geschmeidig. Ähm... Müssten wir rein theoretisch hier irgendwo runter. In den Tunnel oder so. Kann das sein? Da hinten ist ein Tunnel. Oh, la, la, la. Da ist auch nämlich... Eieieieiei. So, okay. Alles klar. Alles klar. So, sagst du. Hat er mich schon wieder gekontert. Sackträder. Ja, komm schon. Ah, komm schon. Gleich haben wir es. Kommen. Sehr gut. Okay, also mit Ausbeichen geht das hier. Okay, das dauert wieder ein bisschen lange. Wir haben jetzt mal wieder... Keine Gesundheitsanzeige. Das... Ist wieder mehr als nervig. Aber da müssen wir jetzt einfach durch. Na, komm. Ja, es ist halt immer dasselbe Muster. Immer dasselbe Muster, mit dem wir dem hier Schaden zufügen. Und wirklich einseitig. Wirklich, wirklich einseitig. Na, komm schon. Also, ich finde langsam reicht's. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, sehr gut. Okay, jetzt. Jetzt eliminieren wir ihn hier noch. Genau. Der wirkte mir noch ein bisschen großkotzig. So, und dann kommen wir jetzt hoch auf den Turm und können gleich zwei Dinge mit einmal machen. Wir können einmal den... Ähm... Diesen Adlerhorst auslösen. Warte mal. Ah ja, okay. Ach, komm, die anderen Wachen ignorieren wir. Ich denke, wir können bis oben durchklettern. Ohne dass sonst die irgendwie auf die Füße fallen. So. Ja, ja. Mühsam, mühsam, mühsam. Ich warte mal ganz kurz ab. Ich würde gerne sehen, wer da unten dieses Fadenkreuz hat. Was soll mir das sagen? Ach so, das ist so ein Augenzeuge, den ich eliminieren kann. Alles klar. Ja, komm, da bleibe ich entspannt. So, Moment, jetzt nicht die Fehler machen. Weil dann springen wir ja gleich wieder runter. Wir synchronisieren erstmal. So. Wie gehabt, wir haben ja hier nur eine Stadt. Aber die ist halt riesengroß. Finde ich übrigens von allen Spielen, die wir bisher gespielt haben. Jetzt mal abgesehen von Assassin's Creed Rogue, mit am besten gelöst. Sehr, sehr schön. Mal wieder alles angezündet. Ich bin so ein richtiger Alpha-Kevin. Wirklich. So. Wo könnte dieses Blatt hier hängen? So weit weg wird es nicht sein. Ja, hier ist es doch. Naja, wir bemühen uns gleich, äh... Um etwas weniger Aufmerksamkeit. Na, kriegst du es hin. So. Jetzt müssten... Jetzt müssten wir... Ja, ist ja gut, ist ja gut. Jetzt lass dich doch mal fallen, Mensch. So. Ganz so auffällig muss es ja nur auch wieder nicht sein. So, und wir nehmen einfach die... Die Zettel, die hier irgendwie noch so auf dem Weg sind. So, und dann gehen wir hier unten lang. Ach, kriegst du es hin. Hier hätte ich mir halt, also... Eine etwas flüssigere Steuerung noch gewünscht. Der hält sich... Immer dann fest, wenn er es nicht unbedingt soll. Das... Nervt ein bisschen. Äh, nur ein bisschen, aber es nervt. Ja, ich hab's ja noch alle, Mensch. Oder was haben wir hier? Hier haben wir einen Schmied. Wie war denn das? Wir haben jetzt 4.000. Was kostet die Renovierung? 9? Ach komm, 9 machen wir mal. Das ist ein bisschen weniger als ein Viertel jetzt. Von dem, was wir haben, das kann man schon mal riskieren. Ich würde außerdem auch gerne mal... Ins Angebot nochmal reingucken. Ja. Ja, ja, die gucke ich mir auch an. Ähm, weil ich würde nämlich gerne wissen... Oh, warte mal, ich kann Gegenstände verkaufen? Was ist das denn? Die Nahlspur. Ähnliche Diamanten. Glas mit Blutegeln. Ich kann das tatsächlich... Ich kann hier Sachen verkaufen. Das wusste ich gar nicht. Okay. Oder hier ist Peace. Ich verkaufe das jetzt einfach mal. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das jetzt eventuell früher oder früher oder später mal bräuchte. Aber ich mach einfach mal so. Guck mal, das bringt auch teilweise ordentlich Kohle. Hier, indische Diamanten. Wahnsinn. Okay, schauen wir mal. Waffen. Römisches Langschwert. Wie gesagt, wer mich kennt, weiß... Ähm... Eventuell etwas... Wieso hat denn das keinen Preis? Achso, okay. Geschäftsauftrag beenden. Erfordert die Schwertscheide vom Schneider. Okay, also das ist anscheinend jetzt verbunden mit anderen Sachen. Mal gucken, wie es bei der Rüstung aussieht. Bei der Rüstung haben wir auch nicht viele Optionen. Gegenstand ist bereits im Besitz. Okay. Aber wir können Sachen verkaufen. Okay, das machen wir jetzt mal auch nicht weiter. Also zumindest Sachen verkaufen. Ich möchte erst mal sicherstellen, dass wir... Ähm... Wenn wir Sachen verkaufen... Äh... Die jetzt nicht zu einem späteren Zeitpunkt eventuell brauchen. Das würde uns sonst derbe auf die Füße fallen. Nein! Eines Mal! Was zum Teufel hat dich dazu getrieben, nicht auf dieses Ding zu springen? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so schwierig gewesen sein sollte. Oh mein Glamour-Schneider? Was sitzt denn der Schneider? Hier nicht? Hä? Was ist jetzt hier über uns? Hier um die Ecke? Hier ist er. Okay. Na, komm. Untersuchen. Untersucht habe ich. Jetzt möchte ich investieren. So. Sehr schön. Wie gesagt, unser kurzfristiges Geld geht zwar dadurch flöten... Aber damit kann ich erst mal leben, muss ich zugeben. So, wir hatten hier beim Schneider. Sollen wir doch auch irgendetwas kaufen? Wenn wir dort irgendetwas kaufen... Umhang, färben, Gegenstände verkaufen, Beutel, Kleider färben, Umhänge färben. Also färben ist mir jetzt relativ numpe. Schwere Schwerte. Siehste? Also für eine große Waffe. Wir können hier tatsächlich zweihändige Schwerter bzw. Zweihandwaffen benutzen. Da brauchen wir aber 7500. Ich wollte es eigentlich nicht tun. Warte mal hier. Komm. Einen können wir verkaufen. Komm, das brauchen wir nicht. Oder? Ich meine, ich habe es ja irgendwann schon mal gespielt, das Spiel. Brauchten wir das? Ich weiß es nicht. Eine Muskatnuss für 75. Na klar. Das ist ein guter Preis für den Muskat. Sehr gut. Ach komm, wir verkaufen das Zeug einfach. Fertig ist. Bevor sich tatsächlich noch der Besitzer meldet und wir die Scheiße zurückgeben müssen, dann verkaufen wir das lieber. Ja, komm. Ja, ich mache das alles ein bisschen schneller. Kann man hier vielleicht alles auf einmal verkaufen? Sieht nicht so aus. Schade. Ich weiß gar nicht. Schaffen wir da noch auf dieses Geld zu kommen? Was wir da brauchen? Was war denn das? 8.000... Warte mal. Tomaten. Tomaten für 100. Alter, was sind das denn für Tomaten? Milton, was ist das denn für Tomaten? Vielen Dank.